Musik So, gerade eben ist der sechste Termin meiner Karlsruher Ideenschmiede zu Ihnen gegangen. Wir waren heute im Brauhaus in der Stephaninstraße und heute konnten die Bürger aus der Innenstadt und aus der Weststadt sagen, wo sie der Schuh drückt. Es wurden auch verschiedene Themen angesprochen, die hier Probleme machen, zum Beispiel die Parkplatzsituation oder die Frage der Verschmutzung, aber auch die Situation Fahrradfahrer, Autofahrer in der Innenstadt, die Wohnsituation und die soziale Durchmischung. Das waren alles Punkte, die hier besonders relevant waren. Viele Dinge wurden knallhart angesprochen und ich muss sagen, es war ein volles Haus hier. Alle haben gut mitgemacht und für mich ein spannender Abend.